Nummer 5. Professionelle Unterwasser Action Cam, 4K Auflösung, Ultra HD, nimmt Videos und Fotos in einer Tiefe von bis zu 20 Metern auf. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Fotografieren und teilen Sie Ihre Welt in hervorragender Auflösung. Ausgestattet mit einer drahtlosen Fernbedienung. Mit der Fernbedienung war es noch nie so einfach, Videos aufzuzeichnen, Fotos zu machen oder den Bildausschnitt festzulegen. Das wasserdichte Gehäuse wurde entwickelt, um die faszinierende Unterwasserwelt zu erkunden. Das Paket enthält viel Zubehör. Die Action Kamera ist mit iOS und Android kompatibel. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4. Ultra HD Action Kamera mit 4K Unterstützung. Ausgestattet mit einem wasserdichten Gehäuse. Mit der Action Cam können Sie die wunderbare Unterwasserwelt in bis zu 40 Metern Tiefe erkunden, ohne sich Gedanken über Wasserschäden zu machen. Ideal zum Schwimmen, Tauchen, Rafting, Surfen und anderen Wassersportarten. Es bietet Bilder in hoher Qualität. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Aufzeichnung oder Aufnahme aus der Ferne steuern. Artikel ausgestattet mit verschiedenem Zubehör. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Diese Action Cam kombiniert Funktionen wie 4K Auflösung und Video mit elektronischer Bildstabilisierung. Der Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Aufnahmezeit von 85 Minuten. Intelligente Videomodi wie Zeitraffer, Zeitlupe und Schleife verleihen den Videos einen kreativen Touch, der sich perfekt für soziale Medien eignet. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fernbedienung mit Unterwasserschutz für Tauchgänge bis zu 40 Metern, eine Batterie, sieben Halterungen, ein USB-Kabel und ein Reinigungstuch. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2. Action Cam mit 4K Auflösung, scharfen Videos und Bildern. Ausgestattet mit einer drahtlosen Fernbedienung, mit der Sie die Kamera ganz einfach steuern können, um Videos aufzunehmen oder Fotos zu machen. Über den USB-Ausgang können Sie das Gerät an Ihren Fernseher und Computer anschließen. Dank des speziell entwickelten wasserdichten Gehäuses kann diese Action Cam bis zu 40 Meter tief aufnehmen. Ideal für den Wassersport. Das externe Mikrofon sorgt für einen klaren Klang. Diese Action Cam wird mit zwei wiederaufladbaren Batterien geliefert. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 1. Diese Sportkamera bietet eine 4K-Videoauflösung mit 20 Megapixeln und ein 170-Grad-Weitwinkelobjektiv. Sie können Bilder mit fantastischer Auflösung aufnehmen und weitergeben. Die Kamera ist bis zu einer Tiefe von 40 Metern wasserdicht. Geeignet zum Schwimmen, Tauchen, Rafting, Surfen und für andere Wassersportarten. Ausgestattet mit einer drahtlosen Fernbedienung. Im Lieferumfang enthalten sind eine Tasche, zwei Batterien, zwei Ladegeräte, eine Fernbedienung und wasserdichte Halterungen. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt.